Und damit Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Hellblade 2. Ja, wir haben ja unsere Hilfe bekommen, wie sie wissen jetzt ihren Namen, von dem Riesen und wir haben das Baby. Und mal schauen, ob wir in der Episode die Begegnung haben und ob das dann schon das Ende sein wird. Oder ob es noch weiter geht. Ab jetzt würde ich sagen, bin ich wieder ruhig. Und wir haben eine Welt von Loss, Pain und Hate. Und wir werden nicht da sein mit dir. Du musst, Senua. Du musst, Senua. Du musst, Senua. Du kannst, sie Baby. Du kannst, sie Baby. Sie Loss. Du kennst, Senua. Du verstehst sie. Aber wie wird sie sie hören? Du musst, Senua. Wie können wir sie was zeigen? Wie können wir sie zeigen, was sie ist? Wie können Sie sie sehen, wie sie sie geworden sind? Wie können sie es sehen, wie sie zu sehen. Wie können Sie sie resten? Reste? Wie können wir sie wissen, wie sie war? Wie können Sie sie auch wissen, wie sie war? Und ich werde sie erzählen, wer sie war. Und ich werde sie verletzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein! yards! Gott! Reich! Was ist das? Ingen, ich kann dir helfen. Wir sind Monsters! Sie wissen, wie es sich fühlt. Ich werde deine Chance machen. 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 Ich werde meine Chance machen. Wander, remember, or there may not be others. We know it. We can feel it. She knows. This is right. Life and light and war. You were always meant to come here. This was always part of the plan. Destined to be here. In this land, you may catch sight of the Landisir, the spirits who embody the sacred places, the rivers and rocks. You see the Lady of the Mountain, the Fjart Qunan, who bathes in the waterfall and lets the drops fall on her shoulders. Thank you. 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 The Skald's Verse tells how Grettir made many enemies with his proud and overbearing nature. Always quick to anger, his strength and fighting prowess meant that even the most trivial of quarrels met a fatal end. The kinsmen of those he killed or maimed were angry. And because he was an outlaw, no one was allowed to help him. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. It's beautiful. Yes, it is. This whole island could be the past. What's happening? Who are these? An ambush. Guiding the Björk to our door. She knows them. How? Is this what you've been reduced to? How did she know them? Why did she hate them? Let him go! No. No. Who is this woman? How's the leader? This is not what you think. What then? What is it? You know this is going to be hard to believe, but you have to listen. This woman here, Senua, she knows how to defeat the giants. We've... All of us, we've seen it. She has to trust us. So make her trust us. She will believe you. Impossible they can't be killed. We thought so too, but we saw it. We saw it, Austrin. We're on our way to Borker Virkinau to tell the Cody, to make him understand that we, we can fight back. He's telling the truth. I did not ask you, rat. Shut your mouth, or I will see it here without. She is special. I know you have no love for the Björk, but you can trust me. Will she? This is the turning point, Austrin. We can start over. Start to rebuild what we had. Does she trust Borker Virkinau? If this is true... Yes. She believes you. She wants to believe him. She's trying to understand. If this is true, you, Senua, tell me now. Look at her. Say it is true. She is exhausted. You can speak. She wants to believe you. Speak to her. Tell her. She wants to trust you. Tell her the truth. It is true. She will believe us. She knows. She can see that we bring hope. We do. Okay. Prove it, then. There's a giant. Here. Another giant. Another giant. He roams the beaches and sinks our boats, cutting us off from the sea. More darkness. And we're close to running out of food. More darkness. We can help these people. You can overcome us. Kill it. We need to get to Borker. Please. Remember, there are other people we must save. I cannot let more of my people die. It's as happy for all the inside. Don't get distracted. We should kill it. We've taken down one. But there is a whole land of them. We need to practice. People will die if you help her. And I will die if you don't. There's no way you can wait. Please. Senua. People will die if you stay here. We are dying. People will die if you don't. You have to help her. Now it is time to lead, Senua. Now you have to choose. You can feel it. All right. Hold on to her. We will help her. Our people said hope to her. Harald. She is... Take them to the settlement and keep an eye on the Bjarak. We want to help her. Can't trust her. Senua. Come with me. Trust us. Trust us. I will show you. As a gent. As a gent. All her life she had been alone. No. Not alone. Not quite alone. But in this loneliest place she has found others. Lost in darkness. Just like she was. Others who might look to her to lead them into the light. Can her shoulders bear this burden? She so learned to keep her guard up. Can she ever let it down? You are an outlander. I came as a slave. Can you trust her? Taken by the Bjarak? Yes. You were taken by the Bjarak. And yet you come here with Thorgister. He wants to stop the giants too. We want the same thing now. To stop the giants. She doesn't trust him. Be careful, Senua. The Bjarak can't be trusted. They demand food from us and if we don't give it, they take us as sacrifice. Do you understand? She knows what it's like to lose people. Just like you. Just like us. Senua. You can't help her. You can. She wants to help. But can't she? Listen. Listen. You hear that sound? That's him. That's him. Shaobar is... the sea giant. Do you see him? Where is he? He brings the storms with him. Cry is born in a storm. Where is he? We haven't seen the sun in weeks. With winter upon us, the storms will only get worse. They are running out of time. It's too late. They will die. All of them. Come. Follow her. Follow her. He is calling to us. He knows we are here. My brothers used to come here to practice fighting. Sneak out. Follow them. She's a fighter like you. She's a fighter like you. Learning by watching. Laugh. They're dead now. I'm all that's left. She is alone like you. Alone in the world. Who do you have? No one. You only have us. She has us. We here. We all miss you. What about your family? It's just me left. Don't tell her anything. What happened to them? Don't tell her. You can't tell her. Senua? Trust her. She might understand. She won't. No one will understand. No one knows what it's like to be you. Don't tell her about your mother. She will turn from you. Turn from us. No way. What about your mother? My mother was a fighter. She never gave up. A fighter like her. Not even at the very end. So strong. She is not giving up. My father. My father tried to protect her. But she refused to leave her side. I miss her. I miss all of them. She loved them. She lost them. I miss her. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Thorbjörn 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 Oh, come on. Kannst du das? Sie lieben diese Stadt. Selbst jetzt? Sie leidt die Leute hier. Warum ist sie... Warum ist sie responsible? Sie ist wie Sie. Es ist keine Wahl. Ihr Vater... war er hier der Leader? Ja. Er war die Besten von Menschen. Ein Leader wie dein Vater. Nein. Ein Leader wie Sie. Nicht wie dein Vater. Er war nur... ...Generes und Kind. Too Kind. Too Kind? Was sie bedeutet? Er vertraut die falsche Person. Und er wurde betrayed. Betraut er? Wer? Er versucht zu folgen. Er versucht zu folgen. Er versucht zu halten. Er versucht zu halten. Er muss sie. Aber es ist schwer. Er muss sie mit ihr. Er muss sie mit ihr. Er muss sie mit ihr. Manchmal ist es besser... ... nicht zu folgen. Was bedeutet sie? Er kann sie mit ihr. Mein Vater war auch. Aber nicht so wie du. Nicht so wie du. Nicht so wie du. Ich monster. Du könntest aufbauen. Wenn du sie sagst. Nicht so wie du... Te machst du nicht. shedite aus. 呢? Nicht so wie ich... Ich konnte auch nicht funktionieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie können Enjoy paying! Sie versuchen nicht. Sie können noten! Sie können nicht die ... Sie sind nicht die Reise. Sie können nicht es, sie haben auch einen zufrieden. Sie wissen, wir sind stark. Wir können kämpfen. Du kannst sie nicht glauben. Wo ist sie? Du hast wieder verloren. Was ist passiert? Was ist passiert? Look around you, be alert. Das ist nicht richtig. Sie blocken deine passen. Was wollen sie? Was sind Sie jetzt? Fokus. 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 Sie wollen sie. Sie wollen sie. Es ist das. Was ist es? Was ist es? Sie wollen sie? Der Welt hat sich verändert. Es ist anders, jetzt? Der Regen hat sich geblieben. Findet ein Weg zu sehen. Kannst du sehen? Der Regen hat sich geblieben. Der Regen hat sich geblieben. Sie können sehen, wie sie sehen. Sie, was ist es? Find the next sign. Find the next sign. There'll be another one. You have to find a way through. Quick! How do you kill a sea giant? She can't. She doesn't know its real name. She needs to know more. You can only kill it if you find out more. She needs the name. She is finding a way through. Finding a path. Find another way to see. There's got to be another way. Keep looking. It offers in the air waiting for you to find. Can you see it? He's finding a way to find you. No. He's a little bit there. But he's hiding. He's hiding. Maybe he's hiding. How we hide was that? How could they find out? Where would he find out? He's hiding. He was hiding. I don't know. I don't know. I don't know. Sie hat es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast den Weg gefunden. Der Sinn ist hier. Wir sehen uns alles. Die Gefühle in der Herzen. Schaubersee war von diesem Ort. Wir sehen ihn. Seek uns wieder. Und wir zeigen dir. Wenn du sie finden kannst, schau uns nach dem Meer. Sie zeigen uns die Wahrheit. In Ihren Land, Traveller. Sie wissen, dass der Kailiff, der Haag der Winter, ist derjenige, der herrscht und Schnee auf die Lande. Sie leben in einer Sea Rock. Sie regeln die Wälder der Winter Ocean, mit ihrer Blackthorn Staff. Sie schreit den Boden, um die Schuhe von grün zu zerstören. Damit wird der Winter lang und tief auf der Land liegen. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich muss an der Stelle die Episode schon wieder beenden. Ich muss sagen, handlungstechnisch wird es jetzt gerade ein bisschen flach. Obwohl es richtig geil aussieht. Vor allem, als es hier noch schönes Wetter war, hat es so gut ausgesehen. Also, Grafik ist einfach, da haben wir, dass wir jetzt aber nochmal gegen einen Riesen kämpfen oder eventuell kämpfen werden, finde ich jetzt ein bisschen flach von dem, was vorher so alles passiert ist. Also, jetzt geht irgendwie die Puste aus. Was ist eure Meinung dazu? Gerne Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.